ja hallo da bin ich wieder ja ähm essen ferien juhu ich habe ein bisschen bisschen jetzt die skalierung im aufnahmeprogramm auf 1900 x 1080 gesetzt ich habe die skalierung glaube ich erzwungen oder gar nicht mehr ich weiß es nicht mehr auf jeden fall das spiel ist sehr besseren fenster modus auf das spiel wird als 1900 x 1080 fenster aufgenommen ja mehr weiß ich mehr habe ich nicht sagen damit wie konnte ich noch mal das wäre ja ich glaube das problem werde ich nicht weiter lösen können weil keine ahnung ich habe keine ahnung woher liegt was ich dagegen machen kann aber egal egal so viel zu keinem weiter geht wo waren wir denn stehen geblieben wir waren auf kohosan es gab irgendwelche killer truizen nicht mehr ein bisschen Dann nehmen wir mal wieder da ja 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 Ja, oder? Hm. Okay, die Schotflinte scheint effektiv zu sein. Oder das war nur gerade Zufall. Speichern. Speichern nicht, speichern. Genau. So. 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 Modus Dunkel. Jetzt weiter. So. So. Äh. Jetzt bin ich mal da. Nein nicht. Ah hey. So, machen wir die Speichern. Die Hardcore-Fans unter euch könnten ja mal in den Kommentaren übersetzen, was das hier heißt. Ich werde es jetzt nicht... Nicht... Glaub ich... Hey! Äh! Ah! Wo? Was? 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 Okay, das war mal was weiß. Au! Dammit! Hol mich doch, Jedi! Ah, nice! Ja, da hatten wir wohl gerade einen Machtanwender, okay. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es zwei Düken gab. Okay. Zwei typische von... Ich sag mal, dunklen Adepten. Äh... Oh! Du wirst schon die Zahlen sehen, wo du... Naja... Okay. Zwei schon? Ich schwimme zum Beispiel da hin. Ne... ... 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 Wie bist du hier raufgekommen? Ach egal, wenn du Ärger suchst, bist du hier genau richtig, Jedi. Oh. Oh. Das ist ja mein dicker Wanz. Oh. 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 Ah, cool. Einer wäre schon mal fertig. Okay, äh, dafür sollte ich die... Moment. Raise the Sun. Das funktioniert. Einige machen. Ah, 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 ah. Oh, taf, das ist wieder? Uh... Come pick four. Hey! 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 Oh, da hat ihn fast gepocht gerade. Gut. Das war der. Äh, jetzt nehm ich mal... Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Ich komme hier. Äh, das ging gar nicht mehr. Äh, nein. Ha! Falsch wusste. Das sollte einen Jedi leeren ist. Und jetzt reden wir über diese Killer-Druiden. Hm, okay. Wo ist eure Fabrik? Versteckt auf Narschadar. Wenn du mich in Ruhe lässt, verrate ich dir die Lage. Jetzt kommst du mit mir mit. Oh. Aufgrund der Informationen, die du von Rektor erhalten hast, haben Agenten der Neuen Republik die Droidenfabrik auf Narschadar stillgelegt. Gute Arbeit, Jaden. Oh, wie furchteinflößend. Jetzt kommst du mit mir mit. Hm, wirst du Junge. Ja, äh, ich bin ein bisschen offgesprungen. Habe 10 Würfe gemacht. Okay. 2 Blitze. 2 Mal Heilung. 3 Mal Schutz. Äh, ja. Gut. Luke hat einen Plan, wie wir die Jünger Ragnos finden, aber das braucht noch Zeit. Du kannst gern noch eine Mission übernehmen. Andernfalls treffen wir uns im Besprechungsraum. Ach, ich mach mal weiter. So. Kultuntersuchung auf DOSU. Ja. Ich glaube, 11 Minuten reichen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, dass wir das, äh, Level auf Coruscant. Die Troiden waren, sehr fortgeschritten, meiner Meinung nach. Äh, zu den Klonkriegen hätten die echt große Probleme, glaube ich, bereitet. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch. Wirkliche. Genau. Puh. Nachdem. Ich bin. Du. Überrascht. Vielen Dank.